Damit schauen wir auf den Ukraine-Krieg. Tag 649 inzwischen bei einem russischen Artillerieangriff auf die Stadt Kherson in der Südukraine sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Sieben weitere Bewohner eines schwer beschädigten Mehrfamilienhauses wurden verletzt. Nach ukrainischen Angaben galt der Angriff auf die Stadt mit der zwei Krankenhäusern, an denen aber nur leichte Schäden registriert wurden. Rund um Avdievka und Bachmut im Osten des Landes, da toben weiterhin heftige Kämpfe. Allein Avdievka hat das ukrainische Militär nach eigenen Angaben innerhalb von 24 Stunden 20 russische Angriffe zurückgeschlagen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017